Wir setzen noch immer unseren Weg fort in Richtung Westen Washingtons, beziehungsweise im Westen des Ödlandes und wir laufen einfach so ein bisschen durch die Gegend, schauen uns die Umgebung ein bisschen an und entdecken ein paar neue Ortschaften, vielleicht finden wir ja noch ein paar neue Quests und so weiter und so fort. Da vorne kommt auch ein schönes Häuschen. Also, schön ist jetzt relativ. Was? Söldner der Talon Company. Was kommt da? Schön ist eine Furzfliege, Alter. Gehen wir nicht auf den Sack. Gehen wir nicht auf den Sack. Gehen wir nicht auf den Sack. Kaffee. So. Okay, Jäger der Talon, äh, Ansässige der Talon Company. Da unten. Die sind... Schon wieder so eine Mistfliege, Alter. Sind die zu zweit da unten? Ich hab das jetzt gar nicht... Doch, die sind zu zweit. Wenn ich das richtig sehe... Ja, haben die uns auch entdeckt. Okay. Ihr wisst, was das heißt. Zwei gezielte Schüsse mit der... Mit der Kampfflinte und dann ist es vorbei. Hallo. Hä? Meine ich doch. Gleich mal looten. Polizeiknüppel, Alter. Ernsthaft. Ernsthaft. Hä? Wie kann der uns denn sehen? Hey, du Pisser. Hör auf. Hör auf. Alter, wieso ist denn der so stark? Hör auf. Also. Oh, oh. Nein, 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 nein. Diese miesen Autos, ne? Boah, der fiel dabei. Pistole, Energiezellen, Laserpistole, Redaway, Schachtelzigaretten. Alter. Wahnsinn. Okay, jetzt gehen wir erstmal weg von dem Ort hier. Der ist nämlich jetzt ein bisschen verstrahlt. Scheiße. Okay, wer oder was zum Teufel ist die Talent Company? Ich hab keine Ahnung. So, Maschinenpistole. Was haben wir noch? Laserpistole, die können wir auch reparieren. Geil. Gas, Gas. Das ist richtig geil. Und wir brauchen Heilung. Arm verkrüppelt, Bein verkrüppelt. Jaja, das Leben als Outlander ist schon nicht einfach. Okay. So, vorbei an dem zerstörten Fahrzeug. So, da vorne haben wir eine Ruine. Da haben wir eine Ruine. Ich wechs mal wieder auf das Rohr, weil da hinten kommen ja nur diese schwulen Fliegen. Und nein, ich habe nichts gegen Schwule. Aber diese Fliegen sind in dem Fall, ich wollte jetzt sagen nervig, aber dann hätte ich ja gesagt, Schwule sind nervig. Aber es gibt Schwule, die tatsächlich manchmal ein bisschen nervig sein können. Nichts gegen Schwule an sich. Aber so diese extremen Schwulen, diese, ja, Tuntik-Schwulen, kann ich mir nicht lange geben. Auch wenn ich natürlich nichts gegen Schwule habe. Ne? Das ist genauso wie aufgedrehte Menschen an sich nach einer Zeit mir auch auf den Sender gehen. Das hat nichts damit zu tun, ob Schwule oder nicht. So, was haben wir denn hier jetzt? Wo sind wir hier? Sieht nach einer kleinen Stadt aus, ne? Davon haben wir einen Brahmin. Eine Maulwurfsratte. Hey, da können wir unseren Stick wieder ausprobieren. Also unseren Abwehrmittelstick, ja? Nicht, was einige von euch jetzt schon wieder gedacht haben. Wo ist denn die Maulwurfsratte? Ah, cool, da ist sie, guck mal. Hey! Ich glaube, ich lege den Stick auch mal gerade auf die 5 oder sowas. Waffen. Abwehrmittelstick. Und dann die 5 gedrückt halten, die linke Maus rauszudrücken. Den Pip-Boy verlassen, die 5 drücken und... Bam! Ja, sie ist tot. Boah, der Stick haut ganz schön rein, ne? Ist ein cooles Ding. Hätte ich auch gerne mal in so einer Apokalypse. Gelenkt ist der Brahmin. Da ist noch einer. Die sind aber nicht feindselig, also habe ich das Gefühl... Hier könnte es irgendwas geben. Was für uns vielleicht auch gar nicht so gefährlich ist. Ich weiß es aber natürlich nicht, aber es sieht nach einer kleinen Stadt aus. Hallo? Ich komme in Frieden. Ich habe einen Rohr in meiner Hand. Und es ist nicht mein Rohr. Sind wir denn hier? Ah, du blöder Hund. Okay, da oben sind Zelte. Das heißt... Oh, hier ist ein Loch im Zaun. Das wiederum heißt, wir können hier rein. Und da oben sind Zelte. Das heißt... Ja, das heißt... ...dass wir kurz speichern. Wahrscheinlich sind da irgendwelche Supermutanten, die uns jetzt gleich übelst den Arsch aufreißen. Wach und der Talon Company. Okay, wir sind im Lager der Talon Company. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich schätze mal, der Typ da oben geht jetzt Hilfe holen und den Wachhund holen wir uns jetzt eben schnell. Wuff, wuff. Huch. Alter. Wieso ist dieser Hund stärker als andere Hunde? Ich verstehe es nicht. Wir brauchen Hilfe. Mh. Aufbreitetes Wasser. Blumko, Mac and Cheese, Blutpaket. Ne. Blähfliegenfleisch, Braminsteak. TP60. Alter. Herr damit. Buffon. Heißt wahrscheinlich gar nicht so. Ich hab's jetzt immer so ausgesprochen. Ist mir scheißegal. Okay. Ähm. Ne. Da haben wir wenig Munition für, aber egal. Wir tun es trotzdem. Oh, da kommen wir nicht rein. Verdammt. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Wie gesagt, da war ja gerade schon einer mit einem Stock. Hat der eine Pistole? Nein, hat er nicht. Hat der eine... Der hat eine Pistole. Der hat... Alter. Der hat einen Raketenwerfer. Okay, der Typ hat auch eine Waffe. Hey. Warte. So, aber so. So. Okay, pass mal auf. Den Typen holen wir uns jetzt und dann holen wir uns den... ...mit dem Raketenwerfer. Ganz, ganz dringend. Huh. Alter. Na, komm. Lass mich... Jetzt. Oh. Jetzt aber. Nochmal. Bums. Sehr gut. Boah, Hilfe. Weg, 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 weg. Boah, Alter. Wir sind fast tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind geliefert. Boah, doch nicht. Oh, 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 oh. Alter. Stimpack, Stimpack, Stimpack. Und gleich noch eins. Okay. Komm her, du Drecksack. Du hast eine Kampfhund, die ich will nicht haben. Shit. 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 Die haben hier Roboter. Alter. Was haben die denn noch alles? Kampflinte. Polizei-Knüppel, Schachtel-Zigaretten. Schrotpatronen. Sehr gut. Zigaretten. Okay, pass mal auf. Den Roboter finde ich jetzt nicht mehr so lustig. Aber auch den kriegen wir irgendwie platt. Allerdings nicht mit der Kampflinte. Dann nehmen wir jetzt eine andere Waffe für. Vielleicht das Sturmgewehr. Oder so eine Splittergranate. Würde natürlich auch gehen. Alter. Oh. Gut, der ist down. Sehr gut. Uh, was ist denn jetzt los? Was ist los? Was ist los, Junge? Oh, sind wir verkrüppelt? Ich glaube, das ist es. Der Kopf ist verkrüppelt. Okay, das ist scheiße. Sehr schlecht sogar. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie den Typen mit dem Raketenwerfer da hinten holen, der natürlich von all dem nichts mitbekommen hat. Mein Gott. Was für ein Idiot. Ist das der Typ mit dem... Ne, der hat aber eine Flinte. Das ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Problem ist, den werden wir niemals treffen. Nein. Den werden wir niemals treffen. Wir müssen uns ein bisschen mehr ranschleichen. Ich speichere mal gerade. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwie treffen. Ich habe nur keine Ahnung wie. Wo ist denn der? Hä? Welchen Scheißhäuser stand denn der jetzt? Verdammte Hacke. Da ist er. Boah, Alter. Der hat ein Riesengerät in der Hand. Scheiße. Okay, komm. Lauf wieder zurück. Alter, das gibt es nicht. Treffen den einfach nicht. Tja, der hat ja gar nichts abgekriegt gerade. Das war ja für den Pipifax. Oh, Alter. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, muss ich ja mal sagen. Wir speichern trotzdem nochmal. Und schleichen uns mal irgendwie an den ran. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich glaube ja eher nicht. Wir müssen den irgendwie erwischen, dass der uns gar nicht erst treffen kann. So, erstmal hier rein. Truhe öffnen. Nee, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Die anderen Zelte sehen natürlich auch sehr interessant aus. Okay, der hat uns gesehen. Scheiße. Der da hinten hat uns nicht gesehen, zum Glück. Boah. Du Psychopath, Alter. Okay, der läuft. Der wird ja nicht schießen, wenn wir vor ihm stehen. Oder? Boah, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Verdammte Kacke. Okay, der trifft uns hier hinter schon mal nicht. Ich mache mal gerade die Planaten. Penaten. So, hier auf die sechs. Versuche ihn mal. Wahnsinn. Da kommt er. Oh nein. Oh, du mieses Schwein, Alter. Hier, nimm den. Oh nein. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt, uns da nochmal zu heilen. Das ist die Frage. Wir verbraten halt die ganzen Stimpaks. Das ist das Problem. Aber wenn wir den down kriegen, wäre das natürlich extrem geil. Okay, pass auf. Kampflinte. Nahkampf. Auf seinen Kopf und gönn dir. Komm schon. Er ist tot. Wir haben es geschafft. Boah. Impulsgranaten. Raketen. Raketenwerfer. Alter, das ist wieder. Schachtelzigaretten. Und eine Talon-Kampfrüstung. Krass. Okay, das Buffon hat nachgelassen. Oder wie das heißt. Buffet. Keine Ahnung. Wir nehmen gleich noch eins. So. Was ist schon ein echter Junkie in der Apokalypse? Ach ja, ich will die Rüstung ja mal anziehen von denen. Hier, Talon-Kampfrüstung. Die ist nämlich besser als unsere. Huch. Ach, man hat uns entdeckt. Sehr schön. Wodka brauchen wir nicht. Oh. Ein Amateurfunk. So, wir durchsuchen jetzt erstmal die Zelte. In der Hoffnung, dass der Typ da hinten jetzt noch eine Weile auf uns wartet. Die könnten wir uns hinlegen, theoretisch gesehen. Da kommt er. Hinter dem Zelt ist er. Wo kommt er lang? Links oder rechts? Links oder rechts? Wir kommen mal zu ihm. Hi. Na? Kaliberschuss, Kaliberschuss, Kaliberschuss. Chinesische Pistole, Heckenschütze, Jagdflinte. Alter, was der alles dabei hat. Und noch so eine Kampfrüstung. Und ein Psycho. Du Psycho. So, die Kampfrüstung schnappen wir uns einfach mal. Panzer der Overall. Huch. Na. Was? Kaputte Gegenstände können erst... Ach, der Hut ist kaputt. Ja, okay. Gut. So, Maulwurfsfleisch. Was haben wir denn hier noch? Murlocfleisch. Psycho, Redaway, schmutziges Wasser. Können wir uns noch reinpfeifen. Ein Stimpack, aber jetzt wirklich das letzte. Instapüree. Nehmen wir auch mit. Medics, Mentats, Nuka, Cola, Quantum. Das bringt uns, glaube ich, alles keine Gesundheit. Also zumindest nicht die Gesundheit, die wir brauchen jetzt, ne? Vielleicht sollten wir bei Gelegenheit mal einen Arzt aufsuchen. Pfeifen wir uns in ein Stimpack rein. Hat der uns irgendwie verkrüppelt oder sowas? Ne, das Männchen ist fröhlich. Das ist gut. Aber hier schießt doch schon wieder irgendjemand. Da hinten wird geschossen. Aber das ist uns jetzt einfach mal egal. Was? Vor Bannister haben wir jetzt gefunden. Cool. Wer ist das da hinten? Noch so ein Söldnerschwein. Okay, gut. Der ist da abgelenkt. Das ist mir egal. Aber normalerweise befinden sich ja hier immer noch so ein paar Munitionskisten oder so. Ja. Aber die ist leer. Toll. Ach, der kämpft gegen so einen Roboter da hinten. Naja, gut. Soll er mal machen. Was? Dieses Fond gehört jetzt mir. Sterbliche. Oh, guck mal hier. Oh, 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 oh. Oh, oh. Hör damit. Stützbandage. Schieb sie dir, Freund. Minen. Eine Munitionskiste und zwei Splitterminen. Geil. Noch eine Munitionskiste mit drei Splitterminen. Geil. Das heißt, wenn die da drin liegen, haben sie sie noch nicht aufgebaut. Finde ich gut. Aber wir können hier noch eine Treppe runter. Oh, warte mal gerade. So. Wir können hier noch eine Treppe runter und da geht es noch in eine Tür. Sehr schwer. Kommen wir natürlich nicht rein. Aber ja, klar. Oh Mann, wir werden immer ausgegrenzt, ey. Finde ich voll scheiße. Hm. Oh, eine Munitionskiste. Mit ein bisschen Schuss. Und ein chinesisches Sturmgewehr. Ratatatatata. Und ein Stimpack. Ja, geil. Uh, was war das? Ach so, eine Bank. Okay. Ich muss mal was auf die Bank bringen. Huch. So, haben wir hier oben noch eine Munitionskiste. Und die ist verschlossen. Wir können sie nicht aufmachen. Tolle Wurst. Okay, den da hinten holen wir uns dann später gleich noch. Nicht sofort. Er darf noch weiterleben. Doch die Frage ist, für wie lange. Und wir werden jetzt speichern. Nur mal zwischendrin. So. So, immer schön nach Munitionskisten Ausschau halten. Aber ich glaube, hier oben finden wir nichts. Äh. Äh. Und was haben wir denn hier noch? Eine Mine oder sowas, oder? Hauptraum Ford Bannister. Sehr leicht. Oh, den kriegen wir auf. Sehr cool. Oh, wir sind drin. Na, hier sieht es aber noch ganz nett aus, oder? Geht eigentlich. Oh, voll klar. Hi. Was schießen da auf uns? Oh. Oder was probiert er auf uns zu schießen? Alter. Hi. Splendata. Oh. Alter. Boah, sind das viele. Granaten, bitte. Können natürlich auch den Raketenwerfer benutzen. Aber wir nehmen die Granaten. Alter, ich komme nicht mehr hoch. Nimm die hier. Ich habe keinen Plan, von wo ich gerade beschossen werde. Alter Schwede. Hey. Hi, meine Scheißwaffe wurde nicht ausgewählt. Alter. Alter. Wir sind das erste Mal gestorben. Cool. Ich hätte es gerne vermieden. Galaxy News Radio finden. Ich trinke mal gerade noch einen Schluck. So, so viel Zeit muss sein. Weil mein Hals tut nämlich gerade ein bisschen irgendwie weh. Hört man vielleicht auch in der Stimme. So, ich würde sagen, wir hüppen mal hier runter. So, was hat da auf uns geschossen? Was schießt da auf uns, bitte? Ach, so ein Scheißding. Ah, okay. Warte mal. Das können wir vielleicht mit einer Impulsgranate. Haben wir doch gefunden, oder? Hier. Vielleicht können wir das damit außer Gefecht setzen. Cool. Scheiße. Ah, da waren Glasfenster dazwischen. Ich habe es nicht gesehen. Boah, ist das peinlich. Okay, nochmal das Ganze. Vielleicht, wenn wir die Impulsgranate jetzt schmeißen. Und dann... Oh, die Heckenschütze können wir reparieren. Cool. Und dann dahin rennen. Aha. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Das Scheißgeschütze interessiert das natürlich mit Feuchten. Komm schon. So. Ist mir das Scheißding schon mal los? Okay, und da kommt der Typ. Ich versuche da jetzt aber trotzdem mal eine Granate hinzuschmeißen. Hier. Frisst sie. Ich habe genug davon. Also ganz schlau sind die ja nicht, ne? Wir reparieren gerade mal unsere Waffen. So. Okay, die können wir nicht reparieren. Okay. So, mit welcher Waffe schießen wir jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen das Sturmgewehr. So. Jetzt sieht das Ganze doch schon viel, viel besser aus. Oh, das sind noch drei Stück mindestens. Oh, sind das viele. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, alter Tobi, du blöder Drecksack. Was ist das denn für ein mieser, dreckiger Scheiß-Cut? Was bist du denn für ein verkackter Scheiß-Amateur? Nein, es ist in der Tat kein Bug, äh, kein Cut gewesen, sondern Fallout 3 ist einfach abgeschmiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich super, 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 schön. Ja, echt der Wahnsinn. Deswegen geht diese Folge leider auch nur 20 Minuten und in der nächsten Folge versuchen wir dann dieses Ding nochmal zu stürmen. Oder wir verlassen es vielleicht einfach, weil ich glaube, die sind noch ein bisschen zu krass für uns. Schauen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Du hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein.